Hallo ihr Lieben, heute grüße ich euch aus Bonn, meine Heimatstadt und ich darf nämlich in der La Redoute in Bonn-Watt-Gurdesberg heute eine freie Trauung durchführen. Die La Redoute besteht schon seit 225 Jahren und wurde damals als Ballhaus hier konzipiert und ihr seht also, es besteht eine jahrhundertealte Tradition hier als Event-Location schon. Man sagt Beethoven sei bereits hier als Künstler entdeckt worden. Aber die Zeiten sind vorbei, heute freuen wir uns auf eine frische, moderne, fröhliche und freie Trauung von der Glücksmarie. Musik 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 Musik